Ich möchte Ihnen jetzt gerne die hervorragenden Musiker des Orkessers vorstellen. Am Schlagzeug aus England, Barry Reeves. Untertitelung. BR 2018 Am Bass aus Hamburg, Benny Bendorf. Am Bass aus Hamburg. Trompeten aus Schweden, Lennart Axelsson. Aus dem Vereinigte Staat von Amerika, Rick Kiefer. Aus dem Vereinigte Staat von Amerika. Und Hamburg, Dieter Koch. Aus dem Vereinigte Staat von Amerika. 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 Alle Fosaunen aus Belgien, George de la Jays. Was Fosaunen von den Burggang, Dittler Führmann. Saxophon und Flöte, Karl Hermann Lühr und Karl Endlich. Harmon und Piano, Günder Platze. Musik 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 Percussion, Herbert Bornhold Musik 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 liquinde Musik Und das schreien wir heute. Steht immer auf.